Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Infovideo von mir bezüglich meiner Abonnentenzahl, weil ich habe seit gestern, dem 3.10., pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit übrigens, seitdem habe ich mittlerweile echt die 100 Abonnenten geknackt auf meinem Kanal, was mich sehr freut. Und mich freut es auch sehr, dass die Spiele, die ich hier spiele, sehr gut ankommen und dass ihr auch mir die Treue haltet, sozusagen, und auch älteren Spielen eine Chance gebt auf jeden Fall. Das ist ja momentan so mein Hauptvermerk auf dem Kanal. Und ja, wie gesagt, 100 Abos, vielen, vielen Dank dafür, also das freut mich doch sehr. Ja, und ja, ich bin gerade ein bisschen überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt so die zweite Wegmarke eines jeden Netzplayers, 100 Abonnenten zu haben. Und ja, hiermit möchte ich euch auch erstmal meinen neuen Uploadplan vorstellen, den ich, soweit wie es geht, einhalten möchte. Und zwar werden jetzt montags, mittwochs und freitags jeweils ein Video kommen. Genau, das wird immer so gegen 18 Uhr sein. Momentan grundsätzlich Command & Conquer, weil es halt mein aktuelles Projekt ist. Und ja, genau, so werde ich das in Zukunft machen. Und ich hoffe, das passt euch so in den Zeitplan rein. Beziehungsweise, das ist so für euch in Ordnung, weil ich denke, 18 Uhr, da ist jeder zu Hause. Und ja, kann ja nachher Arbeit mal reinschauen, wenn er Bock hat oder nachher Schule. Je nachdem, wie alt ihr seid. Und ja, wie gesagt, also ich freue mich sehr über die 100 Abonnenten. Und möchte hier noch mich einmal herzlichst bedanken, auf jeden Fall. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon so gewesen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auf meinem aktuellen Projekt Command & Conquer sehe. Und ja, vielen Dank und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.